Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dies ist ein Protest gegen die Zukunft. Sie haben vor, die Zukunft aufzuhalten. Das ist ein Skandal, Mann. Zu sterben ist ein Skandal, aber irgendwann ist jeder dran. Er ist da draußen. Und er ist bewaffnet. Ich fühle mich freier, als ich es jemals zuvor war. Freier, um was zu machen. Mord ist eine logische Erweiterung des Geschäfts. So reich und knackig. Ich rieche Sex an deinem ganzen Körper. Gewalt braucht einen Wohl. Aufregend, bei einem Mann zu sein, den andere umbringen wollen. Dein ganzes Leben ist ein einziger Widerspruch. Die Zukunft wird uns beeinflussen. Etwas wird geschehen. Vielleicht heute schon. Jemand ist hinter Ihnen her. Ich will mehr. Zeig mir etwas, das ich noch nicht kenne. Alles in unserem Leben hat uns zu diesem Moment geführt. JemandALKchine. Ja. Jemand rất hovle. Vielen Dank.